Wie können wir uns dann ganz konkret damit auseinandergesetzt im Rahmen des Programms, im Rahmen von Inamera und der WU, gemeinsam auch mit meinem Mentor Martin, wie können wir uns im Konzern sichtbar machen, wie können wir es erreichen durch ein geschicktes Storytelling im Konzern eine Rolle zu spielen und wie werden wir uns unserer Stärken wieder bewusst, so dass wir wie früher selbstbewusst und erfolgreich am Markt auftreten können. Und wir haben uns eine sehr kreative Lösung überlegt, die gleichzeitig auch unheimlich Spaß gemacht hat und allein das Machen eben des Films, wir haben einen Film über uns gedreht, wir haben einen Film darüber gedreht, wer sind wir, was macht uns aus, was sind unsere Stärken und jetzt kommt die Verbindung zum Konzern und was sind die Stärken, die Werte des Konzerns und wie können wir in unserer neuen Umgebung mit der Lichtensteinischen Landesbank wieder erfolgreich und noch erfolgreicher sein. Und das war eben diese kehrtiefe, schöne, spaßhafte Lösung, die wir hier uns ausgedacht haben, umgesetzt haben und die uns, muss ich wirklich sagen, eine neue Welt beschert hat.